Das Schwierigste am Mentalismus ist die Einsamkeit. Wann immer Jan Juro Menschen begegnet, hört er ihre Gedanken in seinem Kopf. Er versteckt sich vor der Welt, um nicht den Verstand zu verlieren. Nur auf der Bühne traut er sich, seine Macht zu entfalten. Torsten darf nach vorne kommen. Ans Meer. Wie ich sagte, herzlichen Glückwunsch, Sie sind ein Genie. Danke, Annelie. Du hier vorne mit der Brille, was tippst du es unter der Kiste? Ganz intuitiv. Gaby, ganz ehrlich, denken Sie an einen Känguru? Ja. Ist richtig. Wunderbar. Danke, Stück. Ich möchte dich bitten, aus jedem der Bücher intuitiv ein Wort auszuwählen. Halbieren Sie das Blatt und schneiden weiter. Das Wichtigste ist, dass Sie sich nicht in die Finger schneiden. Werk? Werk. Wunderbar. Lieg's unter den Tisch. Und das nächste? Die Badeenten. Rufen Sie bitte ins Publikum den Namen, an den Sie gedacht haben die ganze Zeit. Wer war das? Barack Obama. Barack Obama. Meine Damen und Herren. Barack Obama. Denn dieser hat aus den Büchern das Wort Badeente ausgewählt. Und unter der Kiste waren die ganze Zeit von Anfang an 352 Badeenten. Badeenten. Das war's von mir. Bis bald noch. Auf Wiedersehen.